Viele Menschen wünschen sich eine Welt ohne Öl und Plastik. Aber was würde das für unser Gesundheitswesen bedeuten? Was würde es für unsere Lebensqualität bedeuten, wenn es keine petrochemischen Produkte in der Medizin gäbe? Keine Gesichtsmasken oder sterile Einweghandschuhe in der Arztpraxis? Wie fänden Sie ein Gesundheitswesen wie im Mittelalter? Infusionsbeutel, Schläuche, Einwegspritzen, Prothesen, Brillen, Hörgeräte, Herzschrittmacher. Heute gibt es kaum einen Bereich in der Medizin, der ohne petrochemische Produkte auskommt. Kunststoffe erleichtern die Arbeit in der Medizin, senken die Allergiegefahr und bieten ein hohes Maß an Sicherheit für uns alle, wenn wir ärztliche Hilfe brauchen. Unser Gesundheitssystem hat sich in den letzten 150 Jahren unglaublich verbessert. Die Lebenserwartung hat sich in dieser Zeit verdoppelt. Medizinprodukte aus Kunststoff haben zweifellos einen Anteil daran. Und wussten Sie, dass Kunststoffe aus Rohöl hergestellt werden? Öl – mehr als nur Kraftstoff. Älme – mehr als auch Kraftstoff. Vielen Dank.